Wenn ich den Kühlschrank auswische, feucht, dann nehme ich gerne das Autotuch, hier das, um dann auch alles nochmal trocken zu reiben. Also erst mache ich feucht alles vor, fiel mir gerade mal so spontan ein, vielleicht ein neuer Easy Quickie. Und dann putze ich mit dem Autotuch alles trocken, weil ich liebe das, wenn die Fläche wieder trocken ist. Ich mag das nicht, wenn ich das nass habe und das soll dann so von selber trocknen, sondern ich mache das lieber dann nochmal trocken, hier mit dem Autotuch. Das ist nämlich sehr saugfähig. Auch hier, wenn ich das hier sauber gewischt habe, wische ich hier immer nochmal nach. Okay, gut.